Ja, Hallöchen und Willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Terraconia. Ihr seht schon, hier hat sich was verändert. Und zwar habe ich 15 Minuten aufgenommen, in denen ich mich dazu entschieden habe, das hier so zu bauen, also nicht mit dem Quarzrahmen hier, sondern mit einem schönen Holzrahmen zu versehen. Alles. Und dann ist mein Rechner abgeschmiert, wodurch vermutlich die Aufnahme kaputt ist. Ich versuche die irgendwie zu retten. Das sind 15 Minuten, wo ich das hier gebaut habe. Sand habe ich bekommen. Brutzelt da vor sich hin. Ja, das sind 15 Minuten, die uns jetzt fehlen. Eventuell. Vielleicht kriege ich das auch hin und dann haben wir jetzt hier schon jede Menge Vorlauf an Folgen. Vielleicht mache ich dann doch täglich draus fast. Oder wenigstens am Wochenende täglich. Mal gucken. Jedenfalls bauen wir jetzt hier so. Und falls die Aufnahme fehlt, falls die jetzt ganz kaputt ist, sage ich schon mal, ihr dürft mitentscheiden, ob ich das so lasse. Oder, hier kann ich es ja diesmal richtig machen. Oder, ob wir das doch mit diesem Quarzrahmen hier so lassen. Also, ob wir das so machen, oder den Quarzrahmen machen. Das heißt, dann das ganze Holz hier wieder wegreißen. Das entscheidet ihr jetzt. Ich baue es erstmal so auf. Huch! Und, tja, dann gucken wir mal, was ihr sagt. Wie ihr es findet. Also, ich finde das so eigentlich schon ganz geil. Ich weiß noch nicht, ob ich es in der oberen Etage dann auch so mache. Ja, da kommt nämlich noch eine Etage drüber. Und da, hier hinter dem Ding, kommt dann quasi das Treppenhaus. Also, der Aufstieg. Und dann der Fall. So, jetzt gucken wir mal, wie es von hier aussieht. Jetzt sind wir durch hier. Danke. Hier ist ein bisschen viel Zeug. Ja, doch, wenn jetzt besseres Wetter wäre. Wäre es schön. Ist denn irgendwie jemand da, den ich hier mag und kenne? Ich mag die ja alle, aber ich kenne halt keinen. Das Pandali kenne ich ja nicht wirklich. Und der Name ist mir sehr sympathisch. Weiß auch nicht, warum. Pandali, wenn du das siehst, ich mag dich. Auch wenn du mich nicht kennst und ich dich nicht. So. Dann gucke ich mal, was mein Sand macht. Der schon fertig ist. Es sieht nämlich so aus. Es sieht nämlich so aus. Dann kann ich meinen... Boah! Ich wollte die Tür schließen. Dankeschön. Alter, ich... Mann! Also ich finde es schon mal so weit ganz hübsch. Muss ich sagen. Also wie gesagt, erst mal die erste Etage. Ah, ich kann mein Glas abholen. Schön. Also kann man auch leveln, ne? Einfach die ganze Zeit Glas einschmelzen. Habe ich hier schon Glas drin? Ja. Gut. Hier hinten fehlt auf jeden Fall noch. Und ich glaube, auf der anderen Seite da drüben auch noch. Jetzt können wir natürlich auch ein bisschen verschwenderischer sein. Uns auch mal verbauen. Aber lieber nicht. Und ich sage mal, das Glas war nicht teuer. Das haben wir, glaube ich, auch in der Aufnahme gekauft. Ich bin mir nicht sicher. Den Sand. Oder? Nee. Bin ich da in der Aufnahme hin? Nee. Nee, nee. Das war ja mit dem Quarz, das ich neu gekauft habe. Das habe ich an der Aufnahme gemacht. Oder? Ich weiß es nicht mehr. So, jetzt bin ich hier erstmal, boah, mit der Außenfassade fertig. Guck mal. Ich gucke mal, äh. Ich gucke mal eben hier. Ja, da kann ich das... Hm, ich könnte hier noch was anderes bauen. Warte mal. Hey, so doch nicht, Junge. Mann. Das ist jetzt blöd. So möchte ich es genau. Und dann in die Mitte... müsste ich eine Stufe machen, ne? Ein Stiefchen. So. Und dann... So. Nee, das sieht scheiße aus. Das sieht scheiße aus. Okay. Aber das da oben könnte ich eigentlich lassen. Na, das da oben könnte ich eigentlich so lassen, oder? Ich schaue mal. Wie immer, muss ich erst von außen gucken. Ja, das kann man so hinnehmen. Würde ich jetzt einfach mal beraubten. Dann hat man hier noch so ein kleines Holzdechlein drüber. So. So viel zur Außenfassade des Erdgeschosses. Dann... Dann... Da. Ich glaube, ich mache eine Doppelhöhe, habe ich gesagt. Na ja. Ich brauche diese Erde erstmal. Zum Hochbuddeln. Ich brauche jetzt wieder Quarz. Jede Menge Quarz. Huch. Aufsammeln. Brav. So. Dann muss ich gucken hier. Wie ich das am blödesten mache. So. So. Hier kommt wieder... Scheiße, was mache ich denn? War doch ganz anders geplant. Sehe, da müsst ihr mich auch wieder gucken jetzt. Wie ich es mache. So, hier ist der Aufstieg, ne? So ungefähr bis hier. So. Kommt man da an. Dann kann man nach... Da mache ich immer noch einen weiter. So. Ja. Ja. Muss ich natürlich gucken, dass das auch passt hier auf beiden Seiten. Dass das gerade ist. Ist das jetzt der hier, oder? Hm. Schwer zu sagen. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Könnte aber passen. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Jawohl. So ist das richtig, Bassi. So ist das richtig, Junge. Du hast drauf. Einfach. Du hast drauf. Sag es doch einfach mal. Mensch. Sag mir, dass ich es drauf habe jetzt. Sonst wäre ich schön irre. So. Düdüdüdü. Jawohl. So, dann kommt... Einmal ein Sturz. Mit... äh... kurzzeitigem Knochenbruch. Lass mal ein Brot reinholen hier. So. Ähm. Ja, da hab ich jetzt... Hehe. Komm mir erst mal weg. So. Ach, muss ich noch ein? So. Hihi. So, so. Gut. Wie mach ich jetzt? Jetzt muss ich erst mal... den hier, ne? Ja, den. Und den hoch. Den nicht. So, das ist jetzt das, wo man drauf steht, dann quasi. Eins, zwei, drei, vier. Ah. So. Dann nimm sich noch einen hoch. Genau. Muss ja die Höhe wirklich herbei behalten. Ja, das wird lustig. Ja, das wird lustig. Ähm. Ja. Einen noch. Das Ganze machen wir hier natürlich auch wieder. Ja, auch noch so. Hier kann ich ja durchziehen. Uiuiui. Gucken wir mal, ob ich jemanden sehe, den ich kenne. Im Chat. So, hier muss ich auch wieder aufpassen. Wo es zu Ende ist. Ich seh jetzt hier nicht viel, aber ich glaube, hier ist noch einer. So. Jetzt kann ich wieder tiefer rutschen. Au. So. Dann misste ich, glaube ich, den hier, ne? Man kann sich ruhig mal die Knochen brechen. Dauert ja eh ein bisschen, bis das Spiel es merkt. So. Tü-tü-tü-tü-tü. Wah. Was ist hier? Ja, ich weiß, es ist, äh, eine harte Bestrafung für mein Ava, aber es macht ja nichts. So, jetzt muss ich aber gucken, ja. Jetzt habe ich nämlich ein Problem. Ich habe jetzt, oh, mein Weg hier zugebaut. So. Okay. Dann haben wir das jetzt. Äh. Da möchte ich nämlich eine Terrasse hinbauen. Mit viel Klasse. So. Jo. Was hatte ich, wie hatte ich denn das jetzt gemacht unten? Jetzt möchte ich eigentlich noch mal gucken, aber, äh. Sie gucken, die Außenfassade. Es ist jetzt schwer zu sehen, ne? So, und im Inneren müsste jetzt immer Holz, genau. Da lasse ich die Außenverkleidung erstmal weg. Hey. Ich will, pfff. Alter. Ich wollte da nicht drauf sitzen. Hier lasse ich die Außenverkleidung erstmal weg, damit man nochmal vergleichen kann, was einem denn besser gefällt, ne? So. Wir machen wieder. Scheiße, machen wir wieder. Aber ich glaube, das ist eh wieder falsch, ne? Ne, Quatsch. Ist gar nicht falsch. So. Ach, es ist jetzt natürlich ein bisschen gefährlich, was ich hier mache. Wenn ich da runterfalle, irgendwo, ist Feierabend. Na ja, aus der Höhe noch nicht ganz, aber bald. Bald haben wir die Höhe erreicht. Hier mache ich jetzt einfach ein Riesenfenster. Nehme ich mal an. Hier kommt nicht noch ein Extra-Raum, glaube ich. Ich weiß noch nicht. Äh. Aber ich glaube, ich brauche hier keinen Extra-Raum noch. Ich glaube, das wird ein großes Lager oder so. Ich weiß nicht. Party-Raum? Irgend so was? Boah, wie komme ich denn jetzt hier mal? Hehehe. So. Hehehe. Ach, würde ich gerade sagen. Das wächst mir denn da auf dem Haus auch. Das gehört nicht zu meinem Haus. Oh, Mann. Ich muss hier sehr aufpassen. Das hier... Da füge ich gleich weg. Ja, das brauche ich nachher. Naja, egal. So, jetzt hole ich mir mal noch meine Bäume schon rein. Habe ich noch mehr Erde? Ja. Ach, das ist ja kein Thema. Das rupfe ich nachher alles in Ruhe weg. Würde ich mal sagen. So. Jetzt baue ich mir natürlich wieder den Weg zu. Ach, ist egal. Hup. So. 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 Äh, ich hoffe, mein Holz reicht. Ich brauche hier irgendwann noch was für den Boden. Da weiß ich noch gar nicht, ob ich da das Holz nehme oder anderes. Muss ich da mal schauen. So. Da drüben. Ah, da brauche ich auch noch das Hölzchen. Das Baumstümpfchen. Oh, wieder sehr schlau. Habe ich noch mehr? Naja. So. 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 Und da wird ja dann sowieso ein bisschen anders. Weil eigentlich nicht so wirklich... Ich muss mal sch... Ups. Ich muss ja jetzt mal schauen gehen, wie ich das hier am besten mache. Da kommt nämlich so eine Terrasse drauf. Dachterrasse. So. Das heißt... Da würde ich dann sagen... Ich lasse ihn mal weg. Dann... Wie gesagt, hier ist das, wo man drauf läuft. Das heißt, hier kann ich erst mal... Boing. Ich wollte Quarz. Mit Quarz. So. Ich glaube, ein Quarz ist alle. Huch. Quarz, Quarz. Hat ihn draußen nur selber schön, die scheißen Nazis wieder oder was? Blödes Pack. So. Hier. Jetzt muss ich gucken. Jetzt muss ich gucken. Das über die Dachterrasse. Hier kommt der Zaun drum. Nehme ich mal eine Oder. Ne. Hier mache ich noch Holz, ne. Dass die hier drauf laufen. Wollte ich das jetzt überhaupt so? Ich wollte doch eigentlich... Ach, nee. Das hier ist nämlich gar nicht, dass wo die drauf laufen. Das hier ist noch das Dach von da drunter. Das hier ist das... Ja, egal. Hier ist nämlich erst der G-Bereich. Dann muss ich gucken. Äh... Hier, nee. Was mache ich denn? Doch. Ja, so. Nehme ich an. Ich bin schon wieder gerade völlig verwirrt von meinen eigenen Gedankengängen. Keine Ahnung, was ich gerade mache. Jedenfalls muss hier irgendwo einen Zaun noch hin. Nein. So. Ähm. Und dann haben wir hier. Brauche ich dann eine Säule noch? Ne, ne. Hier kommt ja nichts mehr. Hier ist ja keine Überdachung oder so. Gut. Dann kommt hier. Wie mache ich das denn jetzt am besten? Hier bräuchte ich schon noch so einen Rahmen. Beziehungsweise ich möchte nur noch so einen Rahmen. Ähm, 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 ja. So. Ähm. Ähm. Ne. Wie geht's? Warte. Jetzt bin ich selbst gerade verwirrt. Warte, warte, warte. Warte, warte. Hier ist das. Dann müsste ich hier so da hochbauen. Äh. Da sowieso. So weitermachen bin ich gleich tot. Guck mal, wie sieht denn das dann von außen aus, ey. Das ist ja richtig. Ach, wird schon irgendwie aussehen. Boah, wenn ich da nicht runterhüpfe. Ich bin ja nicht oben. Ich brauche erstmal ein bisschen was gebraten jetzt hier. So. Wo ist mein Quarz? Habe ich jetzt weggepackt, die geht gut. Zack. Äh. Dann muss ich dasselbe nochmal da machen. Damit ich jetzt nicht ganz so verwirrt bin. So, von dem aus. Da eigentlich alles muss zu bauen. Ja, so gut. So. Kann ich eigentlich von oben nach unten am besten. So, wie habe ich gesagt? Dann muss da einer. So. Genau, und hier einer. Nimm ich wieder Dirty. Dirty Erie. So. Den Dirt kann ich immer abdürten. So. Dann haben wir das. Jetzt sind wir noch hier das. So. Jetzt sind wir jetzt so richtig, wie es haben will. Eins. Warte, eins, zwei, drei, vier. Ist so, wie es haben will. Gut. Na, dann muss man ja gucken. So. Sieht von innen blöd aus. Wollte ich hier noch so einen Rahmen. Mache ich mal eben. So, und da auch. Nein. Also der war schon richtig, aber da muss ja noch einer drüber. So, ne. Dann wieder das übliche Theater. Und ja, ich weiß, wir haben Überlänge. Unplanmäßig. Das ist richtig. Jetzt muss ich gucken. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Na, das passt ja. Das passt ja. Scheiße, es keine Glastüren gibt. Oder? Gibt es Glastüren? Ich glaube nicht, ne? So. Jetzt ist die Frage, wie komme ich runter, ohne zu sterben? Oh, oh, oh. Da wäre ich schon fast zu spät gewesen. So. Hm. So. Kann ich mir eigentlich noch so ein bisschen lassen. So. So. Boop, 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 boop. Genau, dann kann ich da mal hoch. Gut. Dann sind wir jetzt so weit schon mal bei der Außenfassade. Fertig. Ich hau da demnächst noch Glas rein, ohne euch. Hier hau ich mir dann noch irgendwelches Holz rein. Gucke ich mal dann. So. So, dass der hochlaufen kann, mein Gerüst. Hier habe ich ja. Komm ich da drüben ran. Gucke. So. Genau. Gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.